es wird ein spaß noch werden hier zwei getton runden zu gewinnen aber wenn ich nicht runden sondern einfach nur die sprungphasen zu gewinnen als kriechen irgendwie irgendwie es gibt ja ein paar möglichkeiten die gute welt lädt man wieder nicht alter was waren das ach gott was war das ich wurde gerade irgendwie mega nach unten gezogen wahrscheinlich irgendwer erwischt was anderes kann ich mir gerade fast gar nicht vorstellen irgendwas ganz seltsam also ist das normal plötzlich nach unten gezogen wird nachher damit ist es schon wieder die da wieder nicht übersetzt ist aber ich frage mich um denn nicht geöffnet wird sind ja nur 2800 ja ja das keine ahnung die wollen jedenfalls gerade auf 9000 upgrade aber ist natürlich mies dass jetzt wieder alle non founder zurückstecken müssen also ich kam vorhin drauf ohne probleme keine ahnung was da jetzt wieder los ist dann das netzwerk quasi wieder ohne founder gemacht oder ohne legend plus gemacht haben wahrscheinlich würde ich denken schon wieder so komisch runter gezogen ich glaube der getton überlegt hier ein bisschen ja ich merke schon die anderen kommen auch nicht so gut voran ist irgendwie wo jetzt die tempel gewährleistend dass alle rauf können nur nicht die free to play ok jaja ja das stimmt das stimmt ich verstehe es ohja die wollen ja jetzt auf 9000 slots gehen sollten auch locker alle anderen rauf passen ich verstehe schon dass immer na gut man sollte sich nicht beschweren sollte froh sein dass man sowas auch ja ja das ist halt schade aber ja kannst du nichts machen die arbeiten ja dran mit hochdruck ich schätze wenigstens morgen kann da locker jeder drauf dann sollte noch locker alle server da sein so gestern haben sie es ja auch dann noch zumindest mal den ersten schritt haben sie geschafft aber ja man kann ja nicht immer damit rechnen dass plötzlich fast 10.000 leute drauf und heute morgen hat es übelst geleckt ja ok ich habe nur bis 11 gestreamt da ging es noch aber ok wenn es dann heftig angefangen hat zu legen ja gut es wird wahrscheinlich sogar auf 10k gemacht weil viel gefragt haben ok krass das finde ich heftig aber so macht sinn also dieser server hat auf jeden fall potenzial dnk spieler durchgehend zu haben das sehe ich auf jeden fall nur ich hoffe dass der hype dann auch anhält und nicht irgendwie extrem schnell abflacht und warum habe ich jetzt levitation die hoffnung dann dass der server weil die kaufen jetzt extrem slots ein und alles eben so sie kaufen server ein oh 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 okay die erste runde habe ich schon mal gewonnen mega nur das war mega close gerade extrem dumm gespielt habe naja aber ja ich hoffe die behalten ihren hype eine sehr lange zeit und wir spielen dann auch durchgehend erstmal ein paar monate lang wirklich 5000 spieler so drauf abends das wird schon geil so krank dass legend noch gar nicht mal international ist schon halb pixel konkurrenz macht play legend ist im moment hinter ok krass das war mir auch schon recht klar dass die gomme überholt haben der gomme ist ja schon sehr lange nicht mehr quasi oben die zeiten wo die irgendwie damals 20.000 spieler durchgehend hatten die sind vorbei also schon lange ja aber ja die konnten sich noch halten und deswegen gibt es auch noch gomme ja klar dass sie gomme einholen das war mir eigentlich schon recht klar ja aber nur mit faun dann gomme einzuholen das hätte ich dann auch nicht gedacht das ist dann schon extrem krass ich bin immer kurz vorm jappen aus gomme hatte halt früher so wenigen sehr guten ich weiß noch 2016 wenn du da kein premium warst wurdest du halt warst halt extrem nervig alles wurdest du die ganze zeit rausgekickt und was weiß ich so ich weiß direkt die zweite runde geil dann hätte ich meine meine daily quests wieder durch naja ok aber ich hör da grad ooo aumento Server, Server, bitte, bitte. Hält durch, hält durch, bitte. Ich möchte hier nicht runterfallen. Sonst kann ich das vergessen. Nein! Oh, das war so dumm. Egal. Okay. Ich hab den Tag vorm Abend gelobt, das war dumm. Ich find cool, dass die hier auch wieder Getom drauf genommen haben. Das war auch so ein Modi. Den hab ich damals mega gefeiert und auch vermisst. Okay. 1,25. Ja. Der 89er, der macht das jetzt durch. Da bin ich mir sicher. Oh, Slow Falling. Geil. Oh. Oh, was mach ich denn manchmal? Oh, bei meinen Augen. Ich schau heute. Oh, nicht mehr so richtig. Ah, so. Okay, ich bin wieder Platz 1, aber ich hab nur 49 Sekunden. Vergiss. Vergiss mal. So. Der... Oh, das muss mies sein. Muss ja noch mieser sein wie mein Tod gerade. Der war ja schon bestimmt bei 90%. Okay, ich muss da hin. Oh. Okay. Easy. Ah, Whetstone-Blöcke, wo seid ihr? Naja, wer weiß. Vielleicht krieg ich ja noch. Nichts dafür. Glaube nicht. 10 Sekunden. Absorption. Keiner hat's geschafft. So, so, so. Weiter geht's. Trotzack. Boah. Das Get Down finde ich megacool hier. Trotzack. Boah. Das war so dumm. Verdammt. Was mache ich hier für Fehler? Nicht den Trident verlinken, schenken, verschwenden oder was weiß ich. Okay, 240 Sekunden. Das ist ja alles fein, aber ich muss hier irgendwie runter. Fallschaden abmessen bin ich, glaube ich, auch verlernt. Ich bringe hier auch nur noch auf gut Glück. Ich muss kurz warten. Ich muss jetzt einfach mal überspringen. Wenn ich die Runde gewinne, hier einfach nicht runterfallen. Wo? Ja. Fakt. Den riskiere ich kurz. Brauche ich. Ach. Dumm. Ich treffe heute auch nichts mehr. Also, mein BowSkill, der, der, der ist, oh, der ist ultraschlecht gerade. Oh, das, oh, das, oh, verdammt. Bin schon bei zweieinhalbtausend Coins. Okay, ich kann nicht. Absorption gehabt, sehr cool. Damage Resistance, okay. Oh, okay, geil. Okay, ein Bogen. Kein Redstone-Block in meiner Sprungrichtung. Kein Redstone-Block, das ist schade. Hier ist auch kein Block, wo ich jetzt mal eben, den müsste ich schaffen. Oh, 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 oh. So schnell. Bin ich close mit jemandem zusammen? Nein. Oh, 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 oh. Das war jetzt mies. Oh, oh, das war jetzt mies. Auf Herzen gehen. Okay. Hey, okay, okay. Oben spiele ich eh nicht, kann ich noch irgendwas sonst kaufen. Ne, damit müsste ich Wadi sein. Ja, ich hätte noch Schärfe machen können. So. Warum habe ich direkt noch... Ja, für fünf. Genau gleich viel Damage. Mega. Ah, cool. Oh, ich habe viel Rüsten gehabt. Okay. So. Nochmal Schärfe. Fünf. Sind alle auf die Erschwert gegangen. Ja, man merkt schon. Alle. Und mit dieser Version klar. Wow. Ich habe gewonnen. Mega. Ja. Okay. Ich bin eine Sekunde weg. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.